Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Du bleibst hier! Weißt du, was der gemacht hat? Er hat sich absichtlich ein Messer in die Hand gerammt. Wie kann der dir gefallen? So einer hat dich in Stücke und wirft dich in die Mülltonne. Wer ist das Mädchen? Das ist Michaela, Matthias' Schwesterchen. Hat er dir nie von Michaela erzählt? Sag mir, was los ist. Ich war acht Jahre alt. Michaela! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt All the better just to please you She's precocious And she knows just what it takes to make a pro blush She's got Grinna garba Stand or sigh Now she's got She's got The better day decide And she's got And she's got The better day decide To catch you She's got The better day decide Vielen Dank.